Hallo und herzlich willkommen zum neuen Tutorial. Heute geht es um die 18 Challenges, also die 18 Herausforderungen, die ihr auf Nacht der Untoten seht. Ja, wenn ihr auf Nacht der Untoten geht, dann seht ihr, dass da wie in den letzten Maps auch schon vier Challengesports sind und pro Spieler gibt es immer drei Herausforderungen, die ihr im Spiel machen könnt. Ja, dabei gibt es drei verschiedene Reiter in Anführungszeichen. Also einmal gibt es grün, dann gibt es lila und dann gibt es blau. Also grün ist links. Wenn ihr diese Herausforderung abgeschlossen habt, bekommt ihr ein Max Ammo. Wenn ihr unten lila abgeschlossen habt, bekommt ihr ein Perk. Und wenn ihr rechts blau abgeschlossen habt, dann bekommt ihr eine Packer Punch Waffe. Ja, ich würde sagen, wir fangen einfach mal mit der linken Seite an. Die sechs Herausforderungen, die ihr links machen könnt, sind, kompletieren sie die Korrumpierungsmaschine ohne jegliche Abschüsse, schalten sie 15 Zombies mit einem Strahl aus, schalten sie fünf Zombies mit jeder Art von Falle aus, fertigen sie den Wärterschützer-Altar, rüsten sie den Drachenschild aus und töten sie zehn Apotikon-Furien mit Kopfschüssen. Ja, ich werde jetzt einfach mal für links, rechts und für unten jede einzelne Herausforderung in diesem Video zeigen. Ja, ihr könnt ja einfach zu der Herausforderung skippen, die ihr dann braucht. Kompletieren sie die Korrumpierungsmaschine ohne jegliche Abschüsse. Das ist an sich wirklich einfach. Ihr müsst nur einen von diesen vier Altaren benutzen und einfach warten, bis die Zeit abgelaufen ist und das Portal sich hinter euch öffnet, ohne dass ihr eines von den Furien oder den Wächtern tötet. Ich habe es einfach in Runde 1 gemacht. Passt halt auch, wenn ihr es in der höheren Runde macht, dass ihr, wenn ihr zum Beispiel Widowswine habt, nichts versehentlich mit Widowswine 1 dieser Gegner tötet. Und das ist auch schon alles. Schalten sie 15 Zombies mit einem Strahl aus. Ja, dafür müsst ihr einen von diesen Altaren benutzen, damit sich das Portal öffnet und danach könnt ihr für 2000 Punkte diesen Laserstrahl, das ist also eine Waffe, einfach kaufen und damit einfach 15 Zombies töten. Schalten sie 5 Zombies mit jeder Art von Falle aus. Ja, es gibt insgesamt drei Fallen auf dieser neuen Map, also auf Revelations. Einmal den Laserstrahl, damit einfach 5 Zombies töten. Dann gibt es auf verrückt eine Falle, einfach damit 5 Zombies töten. Und auf Origins gibt es noch den Chino-Nummer-Flogger. Und dann habt ihr auch schon alle. Fertigen sie den Werterschützer-Altar. Ja, hier müsst ihr einfach die drei Teile für den Werterschützer-Altar zusammenfinden. Und wenn ihr das habt, einfach bauen. Wenn ihr nicht wisst, wie das geht, einfach in meinen Tutorials nachgucken. Da habe ich ein extra separates Video dazu. Rüsten sie den Drachenschild aus. Ihr darf hier einfach die drei Teile des Drachenschilds zusammen suchen. Wie gesagt, Tutorial-mäßig alles auf meinem Kanal. Ich werde hier nicht jedes Objekt jetzt, wie ihr es zusammenbaut, neu mal zeigen. Aber einfach Drachenschild auf Nacht der Untoten zusammenbauen und dann habt ihr auch die Herausforderung geschafft. Die letzte Herausforderung auf der linken Seite ist, töten sie zehn Apothikon-Furien mit Kopfschüssen. Also entweder ihr wartet bis zur zweiten Special-Round. Bei der ersten habt ihr nur diese fliegende Dinge. Oder ihr macht das einfach, wenn ihr einen von den Altaren benutzt, also dieses Portal öffnet. Da seht ihr diese kleinen Frosch-Lava-Furien. Einfach zehn davon mit Kopfschüssen töten. Ja, kommen wir zur rechten Seite des Herausforderungsboots Grabstein. Wie auch immer ihr das nennen Und zwar habt ihr hier. Töten sie 15 Spinnen. Überleben sie sieben Runden in Nacht der Untoten. Schalten sie fünf Zombies auf jeder Insel in Runde 1 aus. Schalten sie zehn Zombies aus, die zwischen den Inseln springen. Töten sie zehn Spinnen mit dem Schild. Und nutzen sie die Strahlenablenkung, um zehn Zombies auszuschalten. Töten sie 15 Spinnen. An sich wirklich einfach. Alles was ihr machen müsst, ist ihr müsst Packer Punch öffnen und in den großen Apothikon-Wurm in die Mitte gehen. Und alle paar Runden seht ihr, dass fast die komplette Runde immer aus Spinnen besteht. Es ist, ich glaube, randommäßig. Wie gesagt, wenn ihr es nicht gleich bekommt, spielt zwei, drei Runden drin. Dann müsst ihr eigentlich immer eine Runde bekommen, wo ihr viele Stunden bekommt. Und dann tötet ihr einfach 15 Spinnen und fertig. Überleben sie sieben Runden in Nacht der Untoten. Ja, dafür müsst ihr einfach irgendein Portal öffnen und dann sieben komplette Runden in Nacht der Untoten überleben. Dabei dürft ihr auf keinen Fall Nacht der Untoten verlassen. Schalten sie fünf Zombies auf jeder Insel in einer Runde aus. Es ist an sich sehr einfach. Ihr habt insgesamt vier verschiedene Inseln. Und ihr müsst in einer Runde auf allen vier Inseln jeweils fünf Zombies töten. Einfach in Spawn fünf Zombies töten. Dann fliegt ihr rüber auf Shang, was dann mit Eisendrache und Kino zusammenhängt. Also auf einer von diesen Karten fünf Zombies töten. Dann die nächste ist verrückt auf verrückt fünf Zombies töten. Und dann gibt es noch die Insel mit Mob und Origins drauf. Auch dort fünf Zombies töten. Und das ist auch schon alles. Schalten sie zehn Zombies aus, die zwischen den Inseln springen. Das ist jetzt ein bisschen mehr tricky in Anführungszeichen. Was ihr dabei machen müsst ist, ihr müsst euch katapultieren. Also von einer Insel zur anderen Insel. Und dann seht ihr, wie nach euch Zombies auch sich auf die andere Insel rüber katapultieren. Und während die dort oben springen, müsst ihr die töten. Am besten macht ihr das wahrscheinlich mit einer Sniper. Aber wie gesagt, ich finde das ein bisschen tricky oder ein bisschen nervig. Man kann die Talent schon einfach erledigen. Aber wenn es Midround ist, dann spawnen die halt auch währenddessen hinter euch. Töten sie zehn Spinnen mit dem Schild. Das gleiche Prinzip wie bei töten sie 15 Spinnen. In Packer Punch gehen dort ein paar Runden spielen, bis ihr Spinnen bekommt. Und dann einfach die zehn Spinnen mit dem Schild. Nutzen sie die Strahlenablenkung, um zehn Zombies auszuschalten. Ja, dabei müsst ihr wieder mit dem Laser töten. Den Laser bekommt ihr, wenn ihr einen Altar abgeschlossen habt. Aber diesmal dürft ihr nicht direkt auf die Zombies ziehen. Zieht auf einen der Steine rechts oder links daneben. Denn dann wird der Laser abgelenkt und die Zombies sterben trotzdem. Ja, und nun zum unteren Reiter, also zu den Herausforderungen in der Mitte. Und zwar haben wir hier Überleben sie 15 Minuten im Apothikon. Schalten sie einen von jedem Elementarmagwa aus. Schalten sie einen Magwa mit einem Dreifachschuss aus. Schalten sie fünf Zombies auf einer Insel aus, auf der sie sich aktuell nicht befinden. Schalten sie drei Magwas im Apothikon aus. Schalten sie einen Mechanik-Zombie aus, ohne Schaden zu erleiden. Überleben sie 15 Minuten im Apothikon. Ja, dafür einfach Pack-A-Punch öffnen und 15 Minuten lang im Inneren von Pack-A-Punch spielen. Schalten sie einen von jedem Elementarmagwa aus. Also ich glaube auf der ganzen Karte gibt es zwei Elementarmagwars. Zumindest kenne ich nicht mehr als zwei. Vielleicht gibt es noch einen mehr. Aber ich habe nur vorher gesehen und diesen Schädel-Magwa, also der diese Schlage abspuckt in Anführungszeichen. Und ihr müsst einfach beide von diesen Magwas töten und dann habt ihr die Herausforderung auch geschafft. Schalten sie einen Magwa mit einem Dreifachschuss aus. Dafür braucht ihr die Tigern aus der Box. Und dann müsst ihr einen Magwa töten. Aber ihr dürft nur drei Schüsse verwenden. Und ihr dürft auch dem Magwa sonst keinen Schaden zufügen. Also jetzt nicht versuchen mit einer anderen Waffe noch drauf zu schießen. Oder mit Widowswein oder mit Electric Cherry dürft ihr den auch nicht verwunden. Was ihr machen müsst ist, ihr müsst einfach drei Schüsse von den Tigern auf den Magwa schießen. Und halt damit alle drei Augen erwischen. Nicht gleichzeitig, aber pro Schuss zum Beispiel ein Auge. Und ihr dürft auch nicht verfehlen. Schalten sie fünf Zombies auf einer Insel aus, auf der sie sich aktuell nicht befinden. Das ist eigentlich richtig easy. Ihr könnt das mit der DG4 machen. Ihr könnt Arnis machen. Ihr könnt das mit der Squid Gun machen. Einfach auf einer Seite vor der Insel zum Beispiel die Arnis schmeißen. Und rüber katapultieren. Oder einfach mit der Squid Gun schießen. Und wenn ihr euch dann rüber katapultiert, sterben die Zombies noch auf der anderen Seite von der Insel. Obwohl ihr dort nicht seid. Drei Magwas im Apothikon aus. Ihr dabei einfach warten, bis drei Magwas im Apothikon spawnen. Und einfach drei Magwas da drin killen. Oder wenn ihr nicht warten wollt, einfach Arnis nehmen. Und drei Arnis in drei verschiedene von diesen zeitlichen kleinen Löchern schmeißen. Und dann spawnen auch immer drei Magwas. Schalten sie einen Mechanik-Zombie aus, ohne Schaden zu leiden. Die einfachste Methode ist einfach mit einer Thundergun, also mit der Donnerkanone aus der Box. Ihr müsst den Mechanik-Zombie, das ist der Panzersoldat, töten, bevor er euch irgendeinen Schaden zufügt. Also er darf euch nicht mit seinem Flammenwerfer verbrennen. Und er darf euch auch nicht mit seinen Schockladungen schocken. Einfach warten, bis er spawnt. Und wenn ihr an die Tigern drauf spammt, dann hält der sich sowieso die Hand vor und greift euch nicht an. Und ihr könnt ihn richtig schnell erledigen, ohne dass ihr halt Schaden bekommt. Ja Leute, das waren alle 18 Challenges und alle sechs Herausforderungen natürlich pro Seite. Ich hoffe, das Video hilft euch. Wenn ihr Fragen habt, haut sie mir in die Comments. Ich bedanke mich wie immer. Vielen lieben Dank fürs Gucken und bis zum nächsten Video. Bis zum nächsten Video.